Oh. Ich kann halt hier rein. Och du scheiße, was ist denn das, ey? Hast du das gesehen? Ich habe.. ja, dieser... ich wäre mir lieber wenn du hier bist ja mir auch ist hier irgendwo links von mir ja da steht er doch der scheint noch kein interesse an dir zu haben ist auch gut so gut ich gehe zu den sägemühlen müsste hier sein wollen nicht dass das ding hier anwerfen ich glaube nicht bei dem symbol ist nix Oh ne 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 Ist nicht so lecker Ja die äh Die Krähen die sind Fies wenn sie dann so Aus dem Nix auftauchen Jetzt werd ich mir noch denken können Ey wenn der Wenn das Viecher auf mich zukommt Gib ich dir mit der Fläger noch was so in die Fresse Vieh wenn du das hörst Mach keinen Scheiß Die Idee ist auch verriegelt Oh ich kann hier vielleicht rein Oh 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 Ach du Scheiß was ist denn das ey Hast du das gesehen? Ja dieser Äh Äh Was auch immer das war Also gesehen hab ich eigentlich nix War ein Hund in dem Haus Ja aber was sei Heißt du das auch Irgendwas Sehr großes Was da irgendwie hinter dem Haus war Ja Oh die Lampe hat aus Versteckt mich die ganz Gut Gute Idee Äh Musstest du sterben alter Ich hab keine Ahnung Wieso ich gestorben bin Das war so Das war so random irgendwie Das war so Keine Ahnung Fuck it Ich geh hier weg alter Das war mehr so Und dann war ich tot Ich geh einfach Alle Wege führen nach Rom Gut Richtige Einstellung Woa Oben ist ein Haus Was What the fuck Ist es im Körper? Sieht so aus Sieht so aus Sieht so ein Oberkörper Und ein bisschen Hüfte Frag mal euer Äh wie es mir geht Weißt du wo es lang geht? Kennen sie sich hier aus? Da oben ist noch ne Notiz Oh fuck Ich hör da irgendwas Sie müssen hinter dir rechts Ach du Oh Oh Herr Schlese Der ist ein bisschen groß der Kollege Da steht der auf der Oben Leucht den mal an Steht da auch irgendwas drauf? Schwebt der? Nee der ist so groß Ach guck mal der hat irgendwie so noch zwei weitere Arme die man aus dem aus dem Rücken rauskommt Dahinten steht auch noch einer Okay vielleicht haben wir jetzt hier die nächsten Collision Bro Jetzt ich kann den ablenken mit der Flerkant Schießen machen Wie viele Schuss hast du nur den einen oder wie? Zwei glaube ich Perfekt Zwei Gegner zu Schuss Ich hätte ihn direkt angeschossen Thomas Der 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 von dir direkt vor dir was ist links direkt vor dir genau da oh no 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 was soll ich denn hin sind überall er ist ich würde gerade ausgehen genau da ist sozusagen genau zwischen beide durch so i have no idea how i died donny i was walking by an inquiry and then all of a sudden i fell over and had a massive neck wound and was dead so now we're pursuing the quarry or sharing the courieres view und der ist da irgendein der ist ein ja ich glaube das ist am futtern alter ja oder frisst ein pferd ja gut wenn er hunger hat was wenn ich ordentlich kohle könnte ach du scheiße ist denn da nicht so durchs gebüsch gehen weil das gebüsch ich glaube der erstickt gerade ich geh mal hin und helft ihm mal ich bin jetzt nicht so der große fan von der gegend hier bist du nicht so der große fan ach das licht ist mal so da vorne ist ein licht und direkt vor dir ist auch noch einer oder ne ist nur die zwei das ist da ist so ein turm meint sie können leiter steigen weiße nicht ja always the first to go donny geht es nicht oder drück mal e oder macht da doch auch nichts ne ne habe ich schon probiert okay nix da ist dann die baum du eine links vor mir da leuchtet ne kerze oh ähm pennt der guck dir mal hin und guck dir mal an nein man ich habe keine ahnung wo ich bin die die Ah, das wird ja geil hier. Hallo? Ich glaube. Vielleicht gibt es hier wieder irgendein Haus, wo du ein bisschen Loot mit abstauben kannst. Ich höre hier lauter Geräusche. Ja, ich finde es auch. Guck mal, ich glaube, in dieses Haus kannst du reingucken. Da sieht es aus, als ob das Fenster auf ist. Oh, da oben steht einer. Oh mein Gott. Ich glaube, in dieses Haus kannst du rein. Ob du unbedingt in dieses Haus rein willst, ist natürlich ein ganz... Alter, die Tür so plötzlich aufging. Okay, der läuft. Haben wir die noch rum? Oh, okay. Benzin. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen was kochen. In order to win, you have to escape. But the game tells you... Oh, I'm not really sure if I can get back in. And Cory's being very brave. Knowing full well that there's... Some kind of creature up here. Oh, there. By the window. I don't know. Seriously. Somebody should tell him to wear some pants. God. Shit, shit, shit. I have a feeling Cory's gonna... Bye, Felicia. In terms of winning, I'm not really sure. You just need to escape. And I think in order to escape, you need to kind of figure your way out where you should go, and I have a feeling once you get there, you then need to solve some kind of puzzle or problem. Like, Cory just picked up some gasoline. Some guessing... Oh, some beer. Nice. Some guessing... Maybe like one potential escape route is the cargo elevator or cargo lift. I have a feeling in order to operate it, you need some fuel. But maybe you need the fuel for something completely different. That's a whole lot of nope. That's what Nancora... That's what Tani just wrote. Oh, no, 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 no. Oh, look at this pretty house. Oh. Oh. You have not heard shit. Donnie schlägt vor, der einfachste Weg wäre wahrscheinlich einfach in den Ozean zu springen und so lange schwimmen, bis du wieder an Land bist. Das ist auch eine gute Idee. Besser als was ich hier gerade mache. I think Donnie, he first need to actually find the ocean. Diese Scheißlampe. What the fuck? Wie der Typ da vorne am Fenster stand und rausgeguckt, also sozusagen... Ja, ein bisschen creepy, 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 ja, nein. Also die Stadt scheint sehr groß zu sein. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Danville oder Donville oder wie das heißt. Ich guck mal, ich glaub, die kannst du auch machen. Oh, Alter. Okay. Mach mal Radio an. Das ist die Tür. Hier sieht jetzt nicht so gesund aus. Nimm mal die Axt mit. Ich füll sofort die Axt mit. Ja, füll dich gerne. Aber wenigstens hat er die... Oh, da herhört er. Jedes Mal vielleicht mich die Lampe öffnen. Oh, da hat er ein bisschen verglickt hier. Bill the Treehouse. This is your new one. Äh, sieht nach Munition aus für die... Claire, kann es sein? Claire, ja. Normale Claire, okay. Sure. Es wär gut zu wissen, ob ich dich irgendwie wieder wiederholen könnte. Ich... Google das mal. Ich... Ich hab auf jeden Fall eine Frau rumschreien, hör'n von. Äh, Sign of Silence Respawn. Ist der immer noch am Fenster? Äh. Äh. Oh, hier ist noch eine Tür. Geht nicht auf. Äh, nee. Hier ist eine Garage. Aber ich hab ja irgendwo einen gehört. Ich guck hier grad. Mhm. Ich guck hier viel über Fade to Silence und Respawn. Also von dem Studio Respawn steht hier viel, aber... Green Hell. Ne, steht nichts da. Also ich... Ich befürchte, was geht, dass das nicht möglich ist. Oh, ist ja... Hier wie, äh... Das ist ein gutes Zeichen. The Shining. Hier ist Johnny. Deine Map wäre nochmal ganz cool. Warst denn die maus schon? Ja, ne? Oder ne? Ist irgendeiner drin. Der Hintern, der ist ziemlich... Oh, hot, 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 hot. Warum leuchtet der Schrank? Fuck. Ich glaub, du musst zum Schrank hin. Macht ihr irgendwas? Ich seh nur, wie du den Schrank anguckst. Da ist nichts drin, ne? Was ist das? Chill, Bruder, chill, chill, chill. Oh, da ist noch ein Schrank. Vielleicht befürchtet, da ist auch nichts drin. Du hast ja schön leise gehen und zugemacht, die Tür. Hier ist noch eine Note. Wenn der Note steht drin, dass er irgendwas hinterm Haus gehört hat. Und wenn er dann hier in den Garten gegangen ist, hat er nichts gefunden außer Bäume. Er hat sich nochmal umgedreht und dann war er plötzlich so ein dickes Viech.